You can't always get to what you want, you can't always get to what you want, and if you try sometimes, you'll find, you'll get what you need. Menschen stehen auf, gehen auf die Straße, kämpfen für eine andere, eine bessere Welt. Ich bin mit dieser Musik aufgewachsen, im Blues und in der Rockmusik des Stones fand ich wie viele meiner Generationen ein Transportmittel für meine Suche, für meine emotionale Reise. Es fehlt dieser Welt nicht an weltlichen Gütern. Es fehlt an Menschen mit dem Mut zur Empathie. Menschen sind in der Rockmusik. Untertitelung des ZDF, 2020